Was sind eigentlich Unify-Gateways? Welche Funktionen diese haben und warum das der Einstieg für euch ins Unify-Ecosystem ist, genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der Jan und heute widmen wir uns dem ersten Element in dem Unify-Ecosystem. Es geht um die Unify-Gateways. Ich werde euch erklären, was Unify-Gateways sind, welche Unterschiede die einzelnen Gateways haben und wie ihr jederzeit und überall Zugriff auf eure IT-Infrastruktur habt. Schaut auch gerne oben in die Playlist. Dort findet ihr weitere Videos zum Unify-Ecosystem. Jetzt würde ich sagen, legen wir mal los und schauen uns mal die Unify-Gateways im Detail an. Zunächst einmal die Frage, was ist überhaupt das Unify-Gateway? Das Unify-Gateway ist der Einstieg für euch ins Unify-Ecosystem und quasi eure Kommandozentrale. Ihr könnt euch das so vorstellen wie das Gehirn eurer Netzwerkinfrastruktur. Hier laufen alle Fäden zusammen und hier werden die Entscheidungen getroffen, welche Daten, Regeln und Clients was dürfen. Aber wir reden hier nicht nur von Endgeräten wie Laptops, Smartphones oder Tablets, sondern auch von Access-Points, Kameras, Telefonen oder auch Displays. Und ihr werdet später anhand der Applikationen, die auf einem Unify-Gateway laufen können, feststellen, wie vielfältig und skalierbar dieses ganze System ist. Zusätzlich ist das Ganze natürlich auch noch einfach zu konfigurieren. Das Unify-Ecosystem ist ein wenig wie das Apple der IT-Infrastruktur. Ihr seht hier ja schon drei Unify-Gateways. Was die Unterschiede sind, schauen wir uns jetzt mal ab. Ich vergleiche hier mal drei unterschiedliche Arten von Unify-Gateways, um euch ein bisschen den Scope zu zeigen. Es gibt natürlich noch weitere Arten von Gateways, aber da ich euch hier erstmal einen Überblick geben will, habe ich die anderen jetzt erstmal nicht mit aufgeführt. Starten wir mit dem Unify Cloud Key Generation 2 Plus. Hierbei handelt es sich um das kleinste Unify-Gateway. Dieses Gerät ist dafür ausgelegt, wenn ihr in bestehenden Netzwerken die Unify-Applikationen nutzen wollt. Applikationen schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt näher im Detail an. Der Cloud Key wird einfach mittels Power over Ethernet an einem Switch angeschlossen. Über das Display auf der Vorderseite werden aktuelle Informationen des Controllers angezeigt. Den Cloud Key sehe ich als guten Einstieg, wenn ihr ein Standard-Netzwerk aufbauen wollt, das keine hohe Netzwerklast hat. Ein Anwendungsbeispiel wäre hier eine kleine Wohnung, in der nur wenige Endgeräte im Einsatz sind. Weiter geht es mit dem Dream Router. Dieser ist der perfekte Mittelweg zwischen einem Cloud Key und einer Dream Machine Pro. Der Dream Router ist eine perfekte All-in-One-Lösung. Er verfügt sowohl über Wi-Fi 6, als auch über vier LAN-Ports, wovon zwei PoE-fähig sind. Das heißt, ihr könnt auch ohne PoE-Switch hier euer WLAN mittels Access Points erweitern. Mit dem integrierten MicroSD-Kern-Slot lassen sich auch Videoaufzeichnungen speichern. Wenn euch der Dream Router näher interessiert, schaut auch gerne mal meine weiteren Videos dazu an. Die Dream Machine Pro ist ein Controller, der sich für kleine bis mittlere Umgebungen eignet. Im 19 Zoll Format passt dieser in jeden Netzwerkschrank. Er verfügt über einen 10G-SFP-Port, sodass mit Switchen ein schneller Datendurchsatz möglich ist. Auf dem Touchscreen auf der Vorderseite lassen sich Informationen anzeigen und einfache Konfigurationen vornehmen. Für die Speicherung der Videodaten aus der Protect-App kann der 3,5 Zoll Festplattenflot genutzt werden. Ein Feature, was ich bei der Dream Machine Pro noch hervorheben möchte, ist die Möglichkeit, eine zweite Internetleitung an die Dream Machine anzuschließen, sodass im Falle eines Internetausfalls innerhalb von Sekunden gewechselt wird und es zu keinem Auswahl kommt. Anschließend könnte diese zweite Internetleitung über den SFP-Port. Den einzigen Nachteil, den ich bei der Dream Machine Pro sehe, ist, dass diese keine PoE-Ports besitzt. Wer das unbedingt braucht, dem empfehle ich den Dream Machine Special Edition. Wo hier übrigens die Unterschiede liegen zwischen Dream Machine Pro und der SE, habe ich euch ebenfalls in einem Video näher erläutert, welches ich euch oben rechts im Eck verlinkt habe. Doch es gibt noch weitere Unterschiede bei den Gateways. Um Dienste im Netzwerk anbieten zu können, laufen auf den Controller Applikationen. Bei allen Dingen laufen diese lokal, bei anderen in der Cloud. Insgesamt gibt es statt heute sechs Applikationen von Unify, die auf einem Controller installiert werden können. Auf dem Cloud Key und dem Dream Router können maximal zwei Applikationen gleichzeitig laufen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich Performance Gründe haben. Auf dem Dream Machine Pro gibt es hier keine Begrenzung, sodass ihr theoretisch alle Applikationen gleichzeitig laufen lassen könnt. Hier würde ich aber auch immer die CPU-Last und Speicherauslastung im Auge behalten. Jetzt habt ihr einen ersten Überblick über die Hardware bekommen. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen die Software näher im Detail an. Zum besseren Verständnis habe ich euch hier mal schematisch aufgezeichnet, wie die Softwarestruktur auf so einem Controller aussieht. Auf allen Controller läuft ein eigenes Betriebssystem, das sich Unify OS nennt. Auf diesem Betriebssystem können Applikationen laufen. Starten wir mit der wichtigsten Applikation, dem Unify Network. Hier dreht sich alles um die Verwaltung eurer Netzwerkinfrastruktur. Ihr könnt Gateways, Switches oder Access Point steuern, bekommt Einblicke in Echtzeit-Traffic und könnt auch eine visuelle Topologie eures Netzwerks anzeigen lassen. Einfach ausgedrückt, ihr habt hier die volle Kontrolle und Übersicht über euer Netzwerk. Weiter geht es mit Unify Protect. Das ist die intelligente Überwachungskamera-Applikation, die mit KI-gesteuerter Erkennungstechnologie arbeitet. Sie speichert hochwertige Videos lokal und lernt ständig dazu, um euch die bestmöglichen Aufnahmen zu liefern. Unify Access ist euer Go-To, wenn es um Zugangskontrollsysteme geht. Mit modernen Touchscreen-Lesegeräten, Live-Video und Unterstützung für mobile Apps bringt es Sicherheit und Technologie elegant zusammen. In Kombination mit Identity könnt ihr einfach Berechtigungen verwalten. Dann haben wir noch Unify Talk, eine frische Herangehensweise an die Geschäftstelefonie. Diese Applikation bietet ein Plug-and-Play-Telefonsystem und Voice-over-IP-Abonnements komplett mit leistungsfähigen Funktionen für Anrufweiterleitung und Administration. Es ist so, als würde euer Bürotelefon ins digitale Zeitalter katapultiert. Zu guter Letzt sprechen wir über Unify Connect. Diese Plattform ist für das moderne Enterprise of Things konzipiert und umfasst digitale Beschilderung, Beleuchtung und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Auch wenn für euch vielleicht nicht alle Applikationen so interessant sind, so habt ihr jederzeit die Möglichkeit, diese zu aktivieren. Und wer weiß, was man in der Zukunft alles benötigt. Ich finde, anhand dieser Übersicht merkt man sehr schnell, was Unify so besonders macht. Es ist nicht nur ein Produkt, es ist halt wie gesagt ein Ökosystem. Soomen wir doch mal eine Ebene höher, denn bei Unify habt ihr einen Account, mit dem ihr mehrere Standorte einfach verwalten könnt. Und alles könnt ihr von überall aus über den Link unify.ui.com verwalten. Voraussetzung ist hier natürlich eine bestehende Internetverbindung. Das macht die Administration sehr einfach. Durch das Berechtigungskonzept könnt ihr jederzeit Freunde und Bekannte hinzufügen, die euch bei der Administration unterstützen können. Natürlich bleibt ihr Besitzer des Controllers. Und auch in der IT will man natürlich nicht nur vom Desktop sitzen. Deswegen gibt es für fast alle Einwendungen auf den Controller auch passende native Smartphone-Apps. Die wichtigste App ist die Unify-App, über der ihr viele Funktionen eurem Netzwerk verwalten könnt. Dort habt ihr die Möglichkeit, den Traffic zu überwachen, Access Points zu konfigurieren oder Firewall-Regeln einzustellen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was man im Unify-Network alles konfigurieren kann, schaut auch gerne mal in die Playlist rein, die ich oben rechts im Eck verlinkt habe. Habt ihr bereits Unify im Einsatz und welche Applikation gefällt euch am besten? Ich freue mich auf eure Meinung und Diskussionen in den Kommentaren. Alle Produkte findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung entsprechend verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und natürlich auch gerne die Glocke läutet, damit ihr zukünftig benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochladen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschau, bis zum nächsten Mal.